hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge enigmatiker 2 im expert modus mit den verrückten andere der mich schon wieder haut guck mal schmeißt man den diamanten da rein in das loch und das ja aua das zurückgehen hätte ich sagen können das ist das portal zum twilight forest okay aber das wollen wir heute nicht machen doch willst du da reingehen mir ist es egal ich mein du kannst auch ich will mal gucken gehen ich war da noch nie kommen wie viel wieder raus weitest du jetzt leckt es natürlich erst mal ja ja ich will wenigstens mal gucken ich war da noch nie bei mir ist es auch schon ewigkeiten her schmied der server jetzt ab es lädt und lädt und lädt kann nichts machen das hätten wir naja gut ich wusste ja nicht dass du gleich reinlaufen willst ich wollte mal wenigstens mal gucken funktioniert meine mana linse nicht so ist klar muss sie gar gar nichts ja entschuldigung ich habe das spiel abgestützt ich hänge hier noch eine warteschleife jetzt jetzt hat sich was bewegt wo bin ich im twilight force oh ja ab jetzt legt es dann ja auch nicht mehr so es war jetzt halt das erste mal da ist es ja mal ein bisschen schlimmer wo bin ich denn meine man ist die blöcke hingeschmissen keine ahnung ja ich baue ein bisschen gras ab sie soll bisschen verrückt aussehe was ich hier mache aber es hat auch einen grund ja weil es geht darum eine ende lily zu und das steht im twilight force wenn man sich nur fehlen fahnen abbau also fahren genau die ganzen klein aber auf höhe leuchtkicker cool ach meine lapis blöcke habe ich weggeschmissen die fäden mir neuer ausgang und speichern wir erstmal uns den ja den solltest du dir setzen und nicht in zu große arenen reinlaufen wo wir eigentlich solltest du die da drinne schaffen ich muss mit taumkraft anfangen damit ich bei astral sorcery und botania damit weiter komme da bin ich jetzt gerade so ein bisschen bei erstes dies hier so 1 und einen diamanten brauche ich noch dann mache ich auch gleich das erste terra stil bei dieser core den kann man wieder bloß bei astral sorcery machen das elfen gateway core ja das mal aber das habe ich gefunden beim lupen ne nicht nur eins ich habe drei da zeige ich euch auch noch mal wo ich das gefunden habe da eine lille habe ich schon ich komme jetzt zurück denn zur den tag ist das kompliziert das war schon mehr wollen wir erstmal im twilight force nicht machen bestimmt müssen wir irgendwie noch mehr machen aber erstmal nicht das war echt nur für den sam warum geht das man das die monogen nicht ach jetzt hat das komplett gemacht gut schon gewundert was habe ich signalum platens item duckt 4000 rf da guck mal äh dieser experience pilon war das was nicht funktioniert hat ne genau und zeigt hier der bleibt der 1 deko äh da anbauen ja geht nicht ich hoffe du hast nicht gleich alle reingeschmissen nein 1 du baut hier einfach an cool so was machen wir jetzt jetzt geht's los äh kommst du ins haus ja warte mal ich muss mal ganzen den ganzen müll abschmeißen hier was ich noch eingesammelt hab essen haben wir genug also kann das alles weg wenn wir was brauchen kann ich ja immer wieder ähm bringst du bitte mal zwei stacks cleanstone mit ich soll im haus kommen und soll cleanstone mitbringen wenn das im haus ist gerade am wegpacken bist nein in dem towncraft haus ne war ich nicht wieder ein neues ich war nicht im haus ich war ja da gehe ich jetzt cleanstone holen ich hab schon cleanstone wo bist du denn im towncraft haus ja weiß ich doch nicht wo du schon das towncraft ausgemacht hast ja mann mach das nimm das mal das nimmst du mal in die hand guck mal erst mal brauchst du das hier was im crafting table schon liegt ich glaub das ist nämlich auch ein erfolg darf ich taumkopf machen können wir zusammen machen ja dann nimmst du mal dieses pulver und drückst das mal da auf das bookshelf geht nicht ich ne so verlesen okay dann gehst du mal runter und haust es unten auf den cordon geht das nicht das ist das ist auch nur ein kessel den cordon musst du also du musst den kessel mit dem zauberstab machen oder ist das anders ja alles klar gut du warst nicht warte mal wo ist denn das britannia buch das stand hat also bei klicken hast du schon rechtsklick damit ja bei klicken bookshelf ist alles mundes ist so ein bookshelf ne das ist kein buchstabes bisschen anders aus beim cordon steht es genauso drinnen du hast kein richtiges warte mal ich mach mal ganz kurz mal richtiges bücherregal du hast ein anderes du hast ein falsches ich habe einfach bloß das dark oak warte hier vorne stehen noch welche hier da noch mal ein wo schon neu beim cordon müsste das hier bei dem großen haus noch da habe ich ihm doch eins abgebaut auch da geht es nicht drauf super funktioniert ja perfekt also ich wollte gerade sagen beim besten wenn es steht so drinnen mehr kann ich nicht machen jetzt habe ich ein research table das funktioniert doch auch nicht aber das ist ja alles anders wollen die mich denn jetzt total ärgern arcane workbench steht drinne made by right click a crafting table with salus mundus das ist doch salus mundus noch ein anderes made by right click a crafting table with salus mundus steht hier auch muss ich die denn im inventar zusammen craften kann das nicht rechts klicken ich kann nichts hier von rechts klicken was ich eigentlich klicken können sollte ich bin deprimiert ich bin deprimiert ich bin deprimiert gib mir mal was her gib mir die schreibfeder her hier habe ich schon drauf gesetzt ist der rechte tisch der hat geklappt ok ja es war ja auch kein salus mundus naja gut dann in der Folge toll Plan A ist schief gegangen und jetzt müssen wir Plan B ausreuchten äh wir gucken wir gucken uns das nochmal an André und dann wir waren letzte Folge Technik genau da wollen wir mal gucken achso die Blaupause siehste die Blaupause ich kann die Blaupause machen ja mach das mal die Blaupause die ist ganz 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 richtig ähm hab ich bestimmt gerade übersehen Blaupause Blaupause das heißt äh Papier und Metall drei Papier und einmal so Papier haben wir eine Eisenplatte haben wir auch noch ist eine Stahl äh doch eine Stahl doch eine Stahl so machen wir die jetzt habe ich die anderen Sachen hier weg zurückgepackt äh von Eisenplatten glaube ich ne ich weiß es nicht ich probiere gerade immer noch äh äh also der kann jetzt hier einfach aufs Schelf klicken aber ohne komme ich nicht ich darf bestimmt bloß eins in der Hand haben schon die Eisenplatten genommen da sind die Stahlplatten Jo jetzt haben wir die auch und jetzt können wir eigentlich die oh ist mein Saal des Mundes zu alt das habe ich ja schon ein bisschen her gemacht Alter geht die Maschine ab so rum so rum so rum die macht ja richtig Power welche denn ja die Metallpresse echt ja aber richtig waren doch sonst immer relativ langsam ja das musst du dir mal angucken ey das ist Wahnsinn der ist schon ein Stack durchgebraten für eine Sorte das muss ich echt mal wieder probieren oha Aua ja Entschuldigung das irgendwie noch Wahnsinn so schnell war die nie ne ne aber noch ein bisschen unser Ofen hat auch alles durchgeschmolzen aber gleich noch Stack Stahlplatten rein klar au äh Bronze da müssen wir gleich noch Bronze nochmal machen Bronze das heißt Kupfer und Zinn jetzt haben wir bestimmt Kupfer Kupfer ist alle und Zinn ist alle ups wir müssen noch was fahren man guck mal unten in die Truhe was da durchgebraten das ist noch nicht einsortiert Kupfer und Zinn gut ich versteh das nicht einmal raus hab ich mich verlaufen ne hab ich mich verlaufen nein das raus oh mein Kaderhut schon wieder hört man nicht ne kannst du mal kurz Papier machen ist da noch im Lager nimmt er nicht Papier ist da im Lager hier ah nur 11 ich brauch mehr ja da war noch mehr ich hab erst nur 11 drauf genommen jetzt total presst ganz schön laut ja laut ist sie ganz schön ne gut denn ist das auch schon mal mit researchtab so so aber irgendwo noch wolle ja ja verschiedene Farben wo da ja dafür müsste ich an die arcane workbench das Problem ist ich habe keine aber ich hab schon wieder in derium Turbinen gezogen ne mit 850 RF toll jetzt ne super jetzt wo ich den Soundmower hinstelle ist die Maschine schon fertig ne ja das ist auch schon durch ähm gut nehmen wir die ganzen Platten mit Alter das ist doch ein stinknormaler Crafting Table warum gucken wir was in so system ist auch leer die muss ich auch mal wegnehmen hier zusatz die steht auch scheiße so das war das jetzt kommen die gravure Maschine Soundcraft ist complete Soundcraft du 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 mhm okay ein workbench äh oh wie cool wo ist das towncraft raus raus rechts ne genau äh du brauchst den arcane workbench ne ja hm gib mir mal den salis mundus jetzt bin ich gespannt hier also in dem Video hat das wirklich bloß rechts geklickt das ich brauche auch das ich würde auch gerne das towncraft Buch haben ich hab die auch schon abgebaut und wieder hingesetzt ich bitte was die hab ich grad rausgezogen äh wo ist mein salis mundus quatsch geblieben weiß ich nicht da in der kiste gut ciao und arcane hab ich rausgezogen hier für deine Küche super das ist ein Erfolg ja gut äh warum das mit der werkbank nicht geht das verstehe ich auch nicht doch kein Erfolg die beiden Vorteile davon sind ein Erfolg die man dafür bauen muss um das zu machen ich glaube das ist die Server Version ja das weiß ich auch nicht das würde ich sagen das erfahrt ihr in der nächsten Folge ob wir eine Lösung haben ob wir es schon geschafft haben wenn wir es geschafft haben sollten sagen wir euch das zeigen euch das wo bei uns der Fehler war ja es wird eventuell so sein natürlich dass ein zwei Erfolge dann vielleicht weil es klappt passiert sind was das Umwandeln angeht genau das ist ein Tormometer ja das ist das doch das zum Erforschen das kriegst du auch nicht aus ne dafür brauche ich die Arcane Workbench achso ich weiß es einfach nicht alles mundus ja du brauchst das Buch wenn du ein klick rechts klick äh Bookshelf wirst du alles mundus was ja hab ich ja gemacht achso Henrik ja Stromkabel 48 Stück sehr schön gut würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder vielleicht wissen wir mehr wir werden es sehen bis dann noch weniger tschüss 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 Vielen Dank.